Hallo und herzlich willkommen im Alphablayroom. Na, wie geht's euch? Heute habe ich für euch wieder 5 UEFA Euro 2020 Adrenalin XL Karten Packages oder auch Booster. Mit diesen Boostern wollen wir jetzt mal starten. Jeweils 8 Karten in einem Booster Packet. So, dann starten wir mal. Also, was haben wir denn da Schönes? Als Karte Nummer 1 haben wir einen polnischen Spieler. Boah, der Name ist ja richtig übel auszusprechen. Kryzuzdorfpiatek. Na gut, viele kennen ihn bestimmt. Er ist ein Stürmer. Cool. Der kommt hier oben hin. Dann haben wir als nächstes endlich mal einen italienischen Defensivspieler. My favorite team. Emerson ist ein Teammate. Und der ist Defensivspieler. Sehr cool. Warte, ich mach die hier hinzu. Dann sieht man nämlich auch den Namen. Cool. So, dann als nächstes haben wir was von Schweden. Pierre Bengtsson. Hier it is. Er ist Defensivspieler. Pierre Bengtsson. Schön. Dann haben wir einen von Portugal. Danielo Pereira. Und hier ist er. Der Danielo. Und er ist Mittelfeldspieler. Gut zu wissen. Dann haben wir einen Spieler. Oh, sogar einen sehr guten Spieler aus Frankreich. Hugo Lorise. Oder Lorise. Und was ist er? Na, wer weiß es? Goalkeeper. That's true. Auch schön gemacht mit dem Glitzer und der Flagge. Alles schön im Glanz gehalten. Gefällt mir gut. Hugo Lorise. Goalkeeper. Dann kommen wir zu einer Spezialkarte. Der Spieler aus Türkei. Burak Yilmaz heißt er. Burak Yilmaz. Und er ist Stürmer. Auch hier sind die Glitzer schön gehalten. Gefällt mir ausgesprochen gut. Diese Verarbeitung der Karten. Die Härte. Dann der Glanz und alles. Echt schön gemacht. Jetzt habe ich eine Spezialkarte von einem Kasper Schmeichel. Na, wer weiß, was ist er? Richtig. Er ist Goalkeeper. Oh, das ist voll hier. Der Keeper. Die haben nur Torbehörter. Auch nicht schlecht. Cool. Und als letzte Karte in dieser Packung ist drin Yusuf Pausen. Aus der Schweiz. Oder ist es Dänemark? Ich glaube Dänemark, ne? Muss ich mich irgendwie falsch ausdrücke. Einfach korrigieren und in den Kommentaren schreiben. Stürmer. Yusuf Pausen. Packung 1. Hier ist Packung 2. Drinnen ist Oleksandr Chinchenko. Ukraine. Ich hoffe, ich konnte den Namen richtig aussprechen. Er ist Mittelfeldspieler. Cool. Dann als nächstes Tag der Torhüter. Da haben wir noch einen Kasper Schmeichel. Und er ist natürlich auch Goalkeeper. Krass. Heute ist irgendwie der Torwarttag. Was ich hier alles an Torwarts ziehe, ist ja echt richtig cool. Corinto Tolisso. Ich glaube, der spielt beim FC Bayern, wenn ich mich tue. Ich glaube ja. Ist aber Franzose und spielt daher auch im französischen Nationalteam als Mittelfeldspieler. Der Torlizso. Auch ein sehr guter Spieler. Und wie gesagt, ich glaube, er spielt beim FC Bayern München. Nun kommen wir zu einem spanischen Spieler. Der heißt Rodrigo Mourinho. Here it is. Seht ihr diese netten Reflektionen und die Verarbeitung? Ich finde es einfach genial. Und er ist ein Stürmer. Wer will den nicht haben, ne? Mourinho. Ja, er macht ein ganz gutes Spiel. Ist auch zu Recht in der Nationalmannschaft. Dann haben wir jetzt eine Spezialkarte aus England. Jadon Sancho. Auch hier. Wunderschöne Reflektionen drauf verarbeitet. Tolle Farben. Sehr gutes Bild. Wunderschön. Er ist Stürmer. Toller Glanz. Ja, aus England. Sancho. Dann haben wir hier ein Team. Das Team kommt aus Belgien. Da sieht man ein bisschen die Reflektionen, die da eingearbeitet worden sind. Belgisches Team. Belarus. Interessant. Schön. Jetzt kommen wir zu Finnland. Da sind zwei Spiele abgebildet. Na, wer weiß, wie die zwei heißen? Poste das doch einfach mal unten in die Kommentare. Wie heißt dieser blonde Spieler aus Finnland? Und wie heißt dieser vollwertige, dunkelherrige Spieler aus Finnland? Das ist eine Bonuskarte. Das ist eine Bonuskarte. Wer errät das? Ich bin gespannt. Und die letzte Karte ist ein Spieler aus Frankreich. Er spielt auch bei Bayern München und hat davor bei Juventus Turin gespielt. Wir sprechen nichts anderes außer über Kinsley Coman. Here it is. Frankreich. Ein sehr guter Spieler. Er hat sich sehr gut entwickelt. Er ist bei Juventus und jetzt bei Bayern München. Und er ist natürlich ein Stürmer. Richtig. Kingsley Coman. Sehr schön. Dann kommen wir zu Päckchen Nr. 3. Und wir haben drin, ihr habt es bestimmt schon gerade gesehen, einen englischen Spieler. Mansion Mount. Aus England. Und er ist Mittelfeldspieler. Sehr schön. Dann haben wir noch einen aus Ukraine. Marlos steht da dran. Marlos ist Mittelfeldspieler. Schön. Jetzt kommen wir zu einem Spieler aus Tschechien. Wladimir Kofau. Wladimir Kofau. Oder Kofau. Ist Defensivspieler. Dann haben wir Michi Batshuai. Dann haben wir Michi Batshuai. Michi Batshuai. Sieht schon als Kämpfer aus. Die Motive sind lustig. Ist ein Stürmer. Stürmer. Mi Batshuai. Da haben wir jetzt noch eine Special Card aus Finnland. Da ist ja der Dunkelherge, den ich gefragt habe, wie er heißt. Und er heißt Jona Toivio. Jona Toivio. Und das ist so eine Spezialkarte. Und er ist Abwehrspieler. Wer hätte das gedacht? Cool. Also einen Namen haben wir schon mal aufgelöst. Dann habe ich eine Mannschaftsaufstellung von der Tschechischen Republik. Da sieht man alle Spieler in der Standardaufstellung. Auch hier sind schöne Reflektionen eingearbeitet. Wenn ich es gegen das Licht halte, dann sieht man das gut. Tja und das ist die Mannschaftsaufstellung von der Tschechischen Republik. Ist eine Bonuskarte. Jetzt haben wir eine Karte mit drei Spielern drauf. Und es ist eine Spezialkarte. Drauf ist Varen, Lenglet und Lorise aus Frankreich. Und wenn man mal guckt, die Reflektion ist richtig schön gelungen hier. Mit dem Wappenlogo, dem Goalkeeper. Schön. Und das ist eine Defender Karte. Richtig schön. Und die letzte Karte ist wieder mit drei Spielern abgebildet. Vom Schweizerlande. Vielleicht wisst ihr jetzt wie die heißen. Links, Mitte, rechts. Schreibt rein, Schweiz und dann wie die heißen. Ist auf jeden Fall eine Bonuskarte. Bonuskarte for the win. Schön. Und da die Reflektion auch dazu. Guckt mal. Schöne Elemente drin. So, nun haben wir noch zwei Packages. Die lege ich dann einmal hier runter und einmal hier runter. Fangen wir an mit dem vorletzten Paket. Und wir haben drin als erste Karte jemanden aus Finnland. Cheri Oronen. Oronen. Oh mein Gott. Ich muss mal das echt... Manche Namen sind echt anstrengend vorzulesen. Er ist auf jeden Fall ein Abwehrspieler. Ha. Übel. Richtig übel. Oh, jetzt haben wir endlich mal jemanden aus Deutschland. Lukas Klostermann. Das ist mein erster deutscher Spieler in diesen Packages. Er ist Abwehrspieler. Und spielt für Team Deutschland. Ah, ich lege sie doch so hin. Damit man die Beschriftung sieht. Sonst sieht man die Beschriftung nicht. Diris Martinez spielt für Napoli und ist bei Belkin. Der ist auch bekannt. Diris Martins. Ach, Martins. Mein Gott. Meine Aussprache. Da muss ich echt noch dran arbeiten. Ohne Witz. Martins, Leute. Natürlich. Patrick Schicks von Tschechischen Republik. Dieser Spieler ist Stürmer. Tatsächlich. Okay. Dann habe ich ein Mannschaftsbild von Nordirland. Auch wenn ich mal ein bisschen weiter weg halte, dann seht ihr mal die Reflektion. Gefällt mir auch wieder gut. Nordirland. Und das ist, ne? Nordirland gerade. Natürlich. Sehr schön. Die legen wir mal. Na, wie legen wir die hin? Auch so. Dann habe ich hier einen Spieler aus Russland. Alex Kler. Alex Karl. Das ist ein Russischer Spieler und der ist Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler. Dann haben wir noch einen aus England. Jordan Henderson. Hans Kler. Als Spezialkarte. Sehr schöne Reflektion. Das Blau. Mit dem Klemmer. Toll gemacht. Und er ist ein Mittelfeldspieler. Richtig. Und die letzte Karte ist ein Spieler aus Italien. Francesco Acerbi. Und er ist ein Defensivspieler. Cool. Zwei Spieler aus Italien. Das gefällt mir sehr gut. Und nun kommen wir zum letzten Booster-Paket von der UEFA EURO 2020. Und ihr findet es spannend, was wir in den letzten Päckungen drin haben. Als erstes ein Spieler aus Kroatien. Nikola Valašić. 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 Oder Valašić. Er ist Mittelfeldspieler. Kroatien. Oh, da passt sogar noch hier unten rein. Sehr schön. Dann haben wir einen Spieler aus der Ukraine. Mikola Mativijenko. Boah. Die Namen sind ja echt Zungenbrecher teilweise. Gutes Motiv. Er ist Defensivspieler. Defensiv. Dann haben wir noch einen aus der Ukraine. Das ist Viktor Tsvikanokov. Oh Mann. Wird immer schwieriger. Tsvikanokov. Tsvikanokov. Vielleicht sollte ich mal von Google Übersetzer vorsprechen lassen. Und der ist auch Mittelfeldspieler. Oh, jetzt haben wir einen sehr bekannten Spieler aus Frankreich. Oliver Giroud. Ja Mann. Da ist er. Den haben wir aus Frankreich. Er ist natürlich Stürmer. Und. Schönes Motiv. Da die Reflektion. Dann sieht man ein bisschen, was da für Glanzflächen sind. Und wo Mathe ist. Schön. Jude. Ein sehr wichtiger Spieler für Frankreich. Dann haben wir einen Wappen. Eine Wappenkarte von Wales. Bonus. Oh, Bonus, Joe. Bonus. Bonus, Papa, Joe. Oh, oh. Wales. So sehen die Wappenkarten aus. Den machen wir mal oben hin. Dann haben wir eine Spezialkarte von Belgien. Alex Witzel. Und hier ist er. Alex Witzel. Schön. Er ist Mittelfeldspieler. Dieser Alex Witzel. So. Dann. Als vorletzte Karte haben wir einen aus Portugal. Josef Fonte. Hier ist der Josef Fonte. Der ist Defensivspieler. Josef Fonte. Und die letzte Karte für heute. Da haben wir eine Spezialkarte mit Klemmer aus England. Und es ist Jordan Pickford. Jordan Pickford. Goalkeeper von England. Also heute waren einiges an Goalkeeper drin. Muss ich echt sagen. Und auch teilweise sehr gute Karten. Jordan Pickford. Jordan Pickford. Nice. Echt. Nice. Tja. Und das war es auch schon. Das sind die Karten aus den fünf Booster Packages. Acht Karten pro Pack. Wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und aktiviert die Glocke damit ihr immer seht wenn neue Videos von mir kommen. Ansonsten Leute bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.